In Wien haben Gespräche über die Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran begonnen. Nach der ersten Verhandlungsrunde sprachen Teilnehmer von einem konstruktiven Dialog. Die USA waren vor drei Jahren unter Präsident Trump aus dem Vertrag ausgestiegen, der den Iran daran hindern soll, sich Atomwaffen zu verschaffen. Trumps Nachfolger Biden setzt auf eine Neuverhandlung des Abkommens. Hoffnung auf Tauwetter in Wien. In diesem Hotel verhandeln Gesandte aus Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Russland und China mit Vertretern des Iran, ob und wie das Atomabkommen mit dem Iran wiederbelebt werden kann. Die Amerikaner sitzen nicht mit am Tisch, die US-Delegation soll zugeschaltet werden. Im Iran sind die Erwartungen groß. Ein Regierungssprecher verbreitet im Staatsfernsehen Zuversicht, fordert aber ein Ende der Sanktionen. Wenn Amerika ehrlich bereit ist, kann dies ein gutes Zeichen für eine bessere Zukunft sein. Zuvor hatte der Sprecher des US-Außenministeriums erklärt, man könne sich eine begrenzte Aufhebung der Sanktionen vorstellen. Unser Ziel ist es, dass beide Seiten wieder zur Einhaltung des Abkommens zurückkehren. 2015 wurde vereinbart, Iran reduziert seine Zentrifugen zur Uranaufbereitung. Das Uran wird nur schwach angereichert, sodass es nicht atomwaffenfähig ist. Die Uranbestände werden außerdem abgebaut. Die Atomanlagen dürfen von der IAEO kontrolliert werden. Dafür werden die Wirtschaftssanktionen aufgehoben. Für den Iran geht es um viel. Das Land will wieder Öl verkaufen und hofft auf ein Ende der Wirtschaftssanktionen. Am Freitag soll weiterverhandelt werden.